Der Stifteschneider aus dem Hause GEFU. Die gesunde Ernährung der ganzen Familie ist garantiert. Dabei ist die Bedienung ganz simpel. Einfach den Stifteschneider mit dem starken Vakuumsaugfuß fixieren. Sicherer Stand beim Stifteschneiden ist damit gewährleistet. Selber machen liegt voll im Trend? Kein Problem mit dem Stifteschneider von GEFU. Dank der geschärften Stahlmesser zaubern Sie aus Gemüse und Kartoffeln ganz einfach bis zu 36 leckere Stifte. Sie wollen lieber dünnere Stifte? Dann tauschen Sie doch einfach das Messer aus. Bis zu 64 hausgemachte Stifte sind mit dem zweiten Messer im Nu frisch zubereitet. Selbstverständlich ist dieses Sonderzubehör ebenfalls ein Qualitätsprodukt aus dem Hause GEFU. Das Messer wurde gewechselt und verriegelt. Jetzt nur noch schnell den neuen Stoßer einsetzen. Und schon ist der Stifteschneider wieder für Sie im Einsatz. Völlig problemlos verwandeln Sie Gurken und anderes Gemüse mit dem Austauschmesser in feinste Stifte. Der GEFU Stifteschneider. Gesunde Ernährung leicht gemacht. GEFU. Genial genießen. Informationen über den Stifteschneider und weitere Produkte